So, Madame, jetzt kommt ein Gitterchen vor, du freche Rüppelmaus. Du gehst jetzt mal da weg, meine kleine Prinzessin. Ja, jetzt lässt sich das mal schieben, du Frechdachs. Da wird jetzt ein Gitter vorgemacht. Jetzt gibt es keine Löcher mehr in die Heu-Dinger. Kleine Schnicke, du. Dabei hast du Heu in deiner Raufe.